Ich kann. Das Schwein kann ich machen. Oh mein Gott. Glücksspiel ist am Start. Und direkt die Bombe. Nein. Oh, neun Tickets. Fünf. Und die Bombe. Das war klar. Ja, wir spielen weiter. Wir machen weiter. Wir sind heiter und machen weiter. Neun. Also die Belohnungen sind schon krass. Da will man natürlich auch nicht verlieren. Das ist klar. Komm, wir machen jetzt mal genau da, wo die Bombenfeuer waren. Okay, da waren sie nicht. Da sind sie nicht. Nein. Nein. Oh Gott. Boah, jetzt. Ernsthaft? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, das war gut. Seht ihr? Das war gut. Oh Gott. Oh Gott. Gottes Willen. Die waren wieder unten. Ich mach einfach mal. Hilfe. 30 Diamanten. Wer gibt denn so viel aus? Wer macht das denn? Oh nein. Nein. Hilfe. 60 Diamanten. Ja, es ist schon heftig. Also sollte man nicht machen. Wow. Hä? Ach so. Es gibt noch eine Bombe. Ja. Wenigstens die eine nicht bekommen. Ja, nächste Runde. Nächste Runde. Wie aufhören? Hä? Ja, was ist denn jetzt los? Gibt es nur drei Runden oder wie? Es gibt nur drei Runden, ne? Ach so. Oh. Ich hab jetzt gedacht, ich kann jetzt hier noch so voll, volle Granate loslegen. Ne, nächste Runde kann man nicht drücken. Man kann nur aufhören drücken. Juhu. Preise abholen. 27 Blaue, 18 Grüne. Hier zehn Dings. Okay, okay. Aber nur ein Puzzleteil und ein... Also ich meine, es gab mal mehr. Ja. Hat sich das jetzt gelohnt? Ich würde sagen, jein. Jein. Hat sich... Hm? Ja. Geht so. Geht so, ne? Nicht gelohnt und nicht nicht gelohnt. Wisst ihr, was ich meine?